Hallo Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum der Sack jetzt hier einfach labert. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken und zwar für 155 Abonnenten und für die ganzen vielen Likes und den ganzen Support auf meinem letzten Video, weil es ja einfach überkrass ist, was ich an Dislikes hatte und ich es einfach saugeil finde, dass ihr dagegen angeht und mir hilft, dass es aus den Dislikes Likes werden. Ich finde es einfach mega geil. Danke dafür und nun wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Video. Everybody fucking rake! Schutzzeit 5 Minuten. Ja, habe ich ihm geschrieben. Ja, wenn er das natürlich war ja, also wenn er dazu natürlich ja sagt. Die Sache ist, es kann ja sein, dass er darüber einfach wartet, dass wir ihn töten. Mit Ausrufezeichen kannst du schreiben. Ja, das geht doch gar nicht. Das ist im Öffentlichen. Das ist im Öffentlichen. Achso. Bei Gommelsat bei Gommelsatzeichen und hier ist Ausrufezeichen. Das ist das Witzige ist, da ich Quake Pro drin hab und der kann ich da hinten schade sehen. kreis sehen was er macht kreik pro ja in der sichtweite habe ich das in fff keine ahnung das heißt habe ich das eingestellt und deswegen kann ich auch übel schnell rennen recht schnell meinst du das kann sich das können sie sich vertreißen das habe ich auch vollgestellt das ist voll übel das ist die zwar hässlich aus aber das ist im pvp saup das ist übel zu p und so spiel schon seit tagen und ich habe noch ein richtiges texture pack mit denen du was für pvp richtig gut ausgelegt ist wenn du bogen hast du siehst du drei werte einmal grün dann siehst du am rot orange und rot wie stark der bogen gespannt ist und so und und das ist eigentlich generell geil das witzige ist du sagst ja als eine und der kleine neger wie ich kriegt nichts ja wo hat eine bezahlung was soll ich was soll ich mir dafür kaufen alter eine pizza 12 blöcke ich komme auch was ich für einen kriege ja blöcke ja da gibt es auch was anderes wir denke ich mal mein krieg noch nicht noch gold dafür so scheiß man immer was zu essen kriegt man hier beim blog was kriegt da drüben doch da drüben kriege ich schon mal drüben kann ich mir schon mal neue schuhe kaufen neue neige ich versuche jetzt einfach mal eiskalt auch auf dem quake brot zu zocken ja ich bin ich bin immer auch quake pro also seit tagen und seit zwei drei tagen jetzt deswegen werden sich meine leute in aufnahme auch sehr wundern denke ich mal dass es alles so abgeht weil das läuft einfach schnell wenn dann rennt junge du denkst du du fliegst weiß das ist einfach total behindert aber irgendwie auf der anderen seite ist es so op ist ja ich noch da der ist noch da und wenn du ob die feindern noch hast dann ist es noch weit op ja ja gut jetzt gleich nicht erbaut erbaut sein blog zu er soll erbaut erbaut rüber also keine schutzzeit dem ist das scheiß egal hol mal schnell zwei schwerter oder so dann block zu bauen ja genau ich hole mir jetzt mal ein schwer hat du hast ja genug eisen denke ich habe zwei was andere habe ich alles untergeschmissen ja andere habe ich alles untergeschmissen auch nur noch ein eisen weil schuhe habe ich ja eigentlich schon ja ich brauche noch eine brustplatte halt ich habe aber auch ein schwert jetzt also so schlimm ist es nicht freut nur eine brustplatte und dann dann hole ich ich habe jetzt ein brustplatte und goldapfel und dann zerstöre ich den nee ich will ihn zerstören ja warum willst du ihn zerstören du kannst dir die pickaxe holen kannst du block dann zerstören alter geh mal weg ich brauche irgendwie bronzemann ja bronzer kannst du haben ja da liegt da liegt jede menge bronzer ich hole jetzt ein goldapfel und danach fick ich den auseinander da hinten oder hoffe dass ich zerstören kann auch nett weil der domme zuvor da ist was heißt zuvor ja hast du schon drüber gebaut du musst dich darüber bauen ich habe aber eine pickaxe ich habe ein eisen pickaxe die hast du nicht und ich habe ein goldschwert wow was bringt den bogen aber dafür kannst du auf distanz spielen die pickaxe die picke kriegst du später dann darf ich ihn töten ja du darfst du darfst ihn töten und ich mache den block kaputt ist auf uns ja du hast ja auch ein bogen du kannst der ganze op vorgehen sage ich mal so geht es ihm wie voll langsam ich denke ich bin ein jahrmarkt ja es ist ist die quackbrot schon hart muss ich sagen weil er darauf spielt dass nichts gibt es wohl langsam oder ja das ist aber auch so geil irgendwie ich gucke mal mit strg ach nee da muss ich muss ich da vorne hin damit ich was sehe ja jetzt kann ich nur ein scheiß aber ich sehe da wartet auf uns dahin schießt er vor uns ne er schießt nicht wenn ich schon zwei vorbeifliegen und am boden am boden er schießt dann hat er war dann hat aber scheiß bogenskills ja doch erschießt du hast recht aber da hat er verfickte bogenskills extrem schlechte bogenskills die sache ist nur ja du musst du erst mal einmal zerstören damit zu weitermachen kannst und da kein bogen mehr hat bei einer gerade ich hatte 6 tausend mal wieder das täusche schon zu hex alter ich gucke mal was er macht er baut sich dazu er baut sich dann bunker hin das heißt du kannst schon weiter bauen wir müssen ja nur drüber kommen wir müssen ja nur drüber kommen damit damit wir nicht runterfallen ok das ist weiter auf uns warte mal ich hole mir die picke und du machst ihn kaputt ok wenn er uns nicht zerstört vorher jetzt schön mal ja mach ruhig mach ruhig nicht über nicht hastig reagieren sonst sind wir eventuell gleich tot dann sind wir eventuell gleich sonntags braten ihre nice wenn du ihn holen könntest aua hast du essen dabei nein ich hole welches ich kann auch nichts mehr holen ich habe keine blöcke hier gibt mir mal blöcke dass ich mal dass ich mal da hochkomme ja ist ja egal hauptsache ich komme da hoch auf crag pro ist du kriegst du auch angst wenn ich hier auf diesen dünnen dingern in crag pro rennst also kriegst du so angst dass du runterfallen könntest wenn du es nicht gewöhnt bist solange er mich jetzt nicht trifft ist alles gut weil wenn er mich trifft bin ich ein bisschen tot naja er kann ja nichts machen im endeffekt ich bin tot ja ist ja egal dann lass uns jetzt wieder rüber gehen bogen kann ich das war ein spaß alter bogen hätte ich dir gleich wieder geben können schon mehr drei gold ich brauche essen alter und bringt mein goldapfel für mich mit ja mache ich moment ich bringe ich bringe viele gold apple mit so ich habe für jeden 32 steaks und ich hole jetzt schon jetzt 13 gold er darf sich nicht er darf sich nicht mehr treffen das kann sich eingebaut warte ich esse kurz fast weil sonst sterbe ich auf dem weg dahin wenn wir wenn ich jetzt sterben sollte dann bin ich halt ein bisschen scheiße gut deutsch ich hoffe mal dass ich da ich komme ich komme zu dir ich sehe ich glaube ich kannst du das bist bist ja ich sehe dich ich komme ich komme ich komme ich komme so warte ich schlägst du hierhin sieben goldapfel 32 steaks ja warte 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 ich muss man die hälfte raus und mir wunderbar und sieben goldapfel brauchst du noch eine picke ja die picke brauche ich selbst ich kann ich kann es dir aufmachen da im beispiel die bekehrte kannst du es gleich wieder haben hier hinter dir weil ich will auch mal ich will auch was zu tun haben weißt du welch links den block zerstellen wenn du den typen schon zerstellen möchtest kannst du ja gerne machen habe ich ja kein problem mit er ist notfalls ein goldapfel du hast genug aber schon er kann dir ja nichts in den goldapfel frisst man nicht viel hatte der hat doch ein boot er hat mir jetzt insgesamt sechs herzen mit zwei schüssen gezogen ich gehe jetzt mal zurück und hol mir auch er kommt ich bin da kommt rennen 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 du musst dir jetzt instant machen block ist tot ja auch da ist richtig das gemacht so so mache ich das meistens immer so heißt so erst mal jetzt habe ich halt im moment gewartet aber ja ich auch mal die schreiben auch wenn das nicht mehr sieht wahrscheinlich so ich hoffe diese volk hat euch gefallen falls ihr euch gefallen hat dann schaut doch aber damit zackt hd vorbei auch wenn er wahrscheinlich gerade nicht aufgenommen hat aber schaut doch wieder bei ihm vorbei und da würde ich euch viel spaß mit mit meiner endcard und bis zum nächsten mal haut rein ciao hallo leute und herzlich willkommen zu meiner endcard hier unten links findet ihr jetzt mal die letzte bettungsfolge oben rechts finden wir ein weiteres spannendes projekt wenn euch das video gefallen hat dann würde mich einen daumen nach oben sehr freuen und das abonnieren natürlich nicht vergessen damit ihr nichts mehr von mir verpasst wir sehen uns am mittwoch wieder bis dahin haut rein ciao